Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was von denen kommt. Die sagen auch irgendwie nie Bescheid, wenn es Verspätungen gibt. Ich rieche Eumel Hunter. Ja, eine Stunde haben sie reingeschrieben. Hm? Ja. Ja. Ich habe genug für eine 23-Jährige. Oh mein Gott. Wunder... Wundert mich nicht, dass... Wundert mich, dass sie nicht Szene sehen. Oh, schau. Das stimmt. Hm? Warte ich das mal an. Nö. Früher gab es noch so ein Mini-Spiel bei World of Tanks, ne? Da konnte man sich wenigstens noch ein bisschen mit beschäftigen. Seit 6.0 haben sie einfach rausgepatcht, weil wir uns langweilen sollen. Danke dafür, Wagen. Haha. Hh, ha, 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 ha. Hh, ha, ha, ha. Hh, ha, 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 ha. Junge, ich hab mir einfach wegen dir Fetch'n Fetch'n geholt, ja, einmal gespielt, wieder mal nicht angefasst, seitdem man, ja, super, danke dafür, Justin, danke, danke für die Empfehlung, was, warte, 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 ach so, ja, wow, das kann man aber mal wieder zocken, wir haben ja durchrasset wie sonst was, irgendwie hoch mein Trade-Ding ist da auch, ja, vom Oktana, ja, bleib momentan auf Kurs, seit dem 6. April oder so, man, beim Fennec? Fennec? Bitte geh wieder hoch, oh, ich hab tiefste Punkt angelangt, oh, ja, oh, ja, oh, Lind, Green, Dominos für 6.800, ja, mein. What the fuck? On track, USSR, für alle? Für alle Russenpanzer? Sind die für, sind die alle? Ja, also, du bekommst 25% mehr XP, aber bei Deutschen war das nicht 50%? Ich weiß nicht, lass mich in Frieden einfach, okay, danke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, eine Stunde haben sie reingeschrieben. Hm? Hm? Vielen Dank. Oh mein Gott. Wundert mich, dass hier nicht Szene sind. Ja, das stimmt. Hm? Hm? Warte ich das mal? Nö. Früher gab es noch so ein Minispiel bei World of Tanks, ne? Da konnte man sich wenigstens noch ein bisschen mit beschäftigen. Seit 6.0 haben sie einfach rausgepatcht, weil wir uns langweilen sollen. Danke dafür, Wolfgang. Haha. Ich hab mir einfach wegen dir Fetch & Fetched's geholt, ja. Ja. Einmal gespielt. Wieder mal nicht angefasst. Seitdemann. Ja, super. Danke dafür, Justin. Danke. Danke für die Empfehlung. Danke für die Empfehlung. Was? Warte, warte, warte. Ach so. Ja, wow. Das kann man auch. Ja, das kann man aber mal wieder zocken. Wir haben da ja durchrasiert wie sonst was. Mal gucken, wie hoch mein Trade-Ding ist da auch. Ja, vom Oktana. Hm. Bleib momentan auf Kurs. Seit dem 6. April oder so. Mann. Beim Fennec? Bitte geh wieder hoch. Oh, ich hab tiefsten Punkt angelangt, ey. Scheiße. Oh ja. Oh ja. Hm. Hm. Lindengrün-Dominos für 6.800. Ja, mein. Hm. 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 She. Was heißt, es ist ja Fuck. OnTrack USSR Für alle? Für alle Russenpanzer? Sind die für sie alle? Ja, also du bekommst 25% mehr XP, aber bei deutsch war das nicht 50%? Ich weiß nicht. Lass mich in Frieden einfach, okay, danke.